Hallo liebe Poker, Freunde, Ubito wieder hier und heute wieder Rihonia Session Xenias, habe ich ja gesagt, will mit dem Team Veteran erreichen. Bei Session habe ich jetzt Ruckzuck Heap drin, weil das macht so oder so mehr Schaden, auch wenn es irgendwo sehr effektiv sein sollte, macht Ruckzuck Heap trotzdem mehr Schaden. Außer bei hier Necrozma, Geist, Zico, dann natürlich nicht, aber ja. So kann man besser quasi auch abfangen dann. Und gehe ich hier rein. Wir machen hier die Mundgewalt. Perfekt. Ich werde den Surfer dann nicht schüllen. Wobei doch jetzt ja. Wobei ja. Okay, es ist ja nur ein Surfer gewesen, aber den hätte ich glaube doch nicht mehr überlebt. So, wir haben was aufschüllen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Kurz Wechsel-Uhr runterlaufen lassen. Kyogre wird nicht mehr so viel machen. Ja, der Surfer ist mir sogar egal. Den lassen wir jetzt mal durch. Mal den überlege ich, ja, das hätte ich drüben nicht überlebt. Wir fahren hier runter. Und ich gehe jetzt hier rüber. Ist mir egal. Und er hat ein ganzes Team gegen Rihonio. Ja, super. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Das kann ich auch nicht mehr gewinnen. Obwohl, wenn ich jetzt runterfahren könnte, gibt es eine Chance. Ja, das ist gut. So, Feldseffer. Das ist sehr gut. Ich mache hier einen Stromstoß. Ja. Ja, das ist okay. Hoffe ich zumindest. Ah, okay. Er hat, glaube ich, gleich zwei Nahkämpfe sowieso. Okay, er geht auf Mundgewalt. Das ist natürlich noch besser. Und gehe ich hier auf Kraftkoloss. Das müsste reichen. Er denkt, ich habe die, ähm, Breitseite. Aber, nö. Ich habe hier Kraftkoloss. Und das ist in dem Fall besser. Definitiv besser. Boah, dass wir das noch gewonnen haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war ein ganzes Team, sag ich mal, gegen Rihonio ausgelegt. Und gut, das war, ähm, wie heißt es? Ähm, Palkia geschildert haben. Aber in Wahrheit wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn ich von Anfang an sehe ich ihn gegangen wäre. Ähm, 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 Entschuldigung. So, Mother Rousan. Wir kriegen den Boost. Mewtwo. Ja, okay. Hier spiele ich das jetzt auch anders. Ich lasse den Psycho-Stoß einfach durch. Und dann hole ich den ersten. Und dann hole ich noch einmal aus. Und dann mache ich die Felswerfer. Den Felswerfer. Mal sehen, ob der Herr jetzt schildert oder nicht. Okay, der Herr schildert, dann sehe ich ihn diesmal. Ähm, schildere nicht. Perfekto. Hallo? Ja, das ist okay. Wir schildern einmal. Und ich gehe hier diesmal auf Stromstoß. Okay, Mewtwo ist weg. Das ist gut. Ich gehe hier auf Knuller und gehe dann trotzdem in Rihornjog. Aus Gründen. Weil Kraftkoloss muss ja eh schön. Oder auch nicht. Perfekt. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann gehe ich hier rein. Und der Gegner gibt auf. Perfekt. So will ich das sehen. Und Kraftkoloss hat zweimal schon geholfen. Er hat nicht geschildert, weil er dachte so. Ja, Breitseite überlebe ich. Schätze ich mal. Aber es fängt gut an. Es fängt gut an. Und mit Rucksukki komme ich besser klar als mit Standpauke. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Einer- und Zweier-Move-Mensch. Wobei, bei Rihornjog geht das auch mit den Limbschellen. Die teilen ja auch ordentliche Schellen aus. Aber ich verstehe nicht, warum der Gegner nicht rausgegangen ist. Vielleicht wegen Palkia-Schützen. Weiß ich nicht. Er hätte theoretisch schildern können. Naja. Egal. Schatz XD03. Ist unser nächster Gegner. Evil-Tile. Ja. Da mache ich das eigentlich immer so, dass ich dann auf Fadeswerfer gehe. Das Gute ist, ich setze immer vor ihm ein. Gehe jetzt in Säschchen. Ja. Lasse ich durch. Und jetzt schwinge. Ja. Das ist sehr gut. Stromschluss. Das ist sehr gut. Stromschluss. Perfekt. Ja. Lasse ich durch. Und gehe ich jetzt in Gehonior. Schilder einmal und farm runter. Gehonior mit Energie kann echt viel machen. Leider die Senkung ist nicht so schön. Ja. Ich bin nur einmal gesenkt. Und hier werde ich trotzdem Schäfer drauf krachen. Das ist klar wie Klosbrühe. Ich werde auf jeden Fall hier schilden. Okay. Ja. Vielleicht gar nicht so durch von ihm. Okay. Warum gibt man da auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Nehme ich aber so hin. Also ich hätte jetzt nicht aufgegeben. Aber okay. Vielleicht dachte er. Ich ködere mit irgendwas. Whatever. Mit Nahkampf oder so. Weiß ich nicht. Aber ja. Vielleicht war von den zweiten Schäfer halt zu weit weg. Und ich hätte vielleicht. Zweimal Nahkampf in der Zeit erreicht. Weiß ich nicht. Oder ich hätte vielleicht auch abfangen können. Theoretisch. Und ich hätte auch fast Kraft Klos gehabt. Beziehungsweise. Ich wäre zum Felswerfer sogar noch gekommen. Wenn er nicht eingesetzt hätte. Ja. Ich glaube das hätte ich trotzdem gewonnen. Ich glaube ich wäre noch zum Felswerfer gekommen. Jawohl. Die Alga nehmen wir hier an der Stelle. Was kommt rein? Ja. Das ist nur Ordnung. Ja. Und wir sind mit dem Toggle Kiss Match Up besser. Mit Sächen. Rüber. Ja. Überlebe ich. Ja. Egal. Wir müssen noch mal schilden. Um den Wechsel zu kriegen. Aber macht doch nicht. Perfekt. Und hier gehe ich auf 2 mal Stromstoß. Oder ich denke da ich habe Nahkampf oder so. Aber ich denke nicht dass er schön hört. Ich glaube 2 mal Stromstoß macht mehr Schaden als einmal Knuttler. Ja. Ich schätze mal schon. Ich glaube Stromstoß war hier die beste Entscheidung. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall schilden. Ich will den Felswerfer. Ich will den Felswerfer. Den will ich auf jeden Fall durchkriegen. Schild. Ich will den Felswerfer. Ja. Ja. 2 Attacken oder. Er hat. Er hat. Wobei. Das war ein Gleichstand. Das war ein Gleichstand. Komme ich auf 2 Attacken. Er hat keine 2 Attacken. Dann war nachkampf die richtige Entscheidung. Weil ich eh 2 Attacken brauche. Hier ist er schon mal weg. Und jetzt nur gegen Jalga. Perfekt. Er kippt wieder auf. Okay. Wir haben schon mal 4 Wins. 1 Win brauchen wir. Also. Ich bin definitiv besser als gestern. Das ist schon mal sehr schön. Dann sehen wir morgen wieder ein anderes Team. Vielleicht auch eine andere Liga. Das entscheide ich spontan. Mal klubschen. Und lasst ein Like und ein Abo da. Das war echt flauschig von euch. 5SBR5. Komm. Gönn Veteran. Ja. Mit Nick Crossma ist das durchaus möglich. So. Fels ist da verkommt. Er schildert sich gegen Cernias diesmal. Ich schildere nicht. Bei Schattenstrahl sollte ich einmal schildern. überleben. Perfekt. Ja. Dann kriegst du hier die Mondgewalt. Und du musst auf jeden Fall einsetzen. Ja. Ich lass durch. Stromstoß. Okay. Mhm. Frage ob du Nahkampf hast. Ich hol mal aus. Ich schildere. Ich schildere. Okay. Ist der Knuller gewesen. Buh. Wuuuuh. Wuuuuh. So. Ins sed rüber gehen. Ist das schon der Schattenstrahl? Ich schildere mal nicht. Findest du auch auch perfekt. Trotzdem wird das spannend. Trotzdem wird das ultra spannend. Okay, perfekt. Das ist 100 pro Finster, oder? Ja. So, Stromschuss. Rüber. Ich muss es einsetzen dann, gleich. Und ich denke, er wird mich hier nicht runter farmen können und er hat noch keine Finster. Okay, wer hat daran erreicht. Perfekt. Geil. Geil. Einfach geil. Sehr schön. Hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt. Aber, ja. Haben wir hingekriegt. Hätte ich nicht so gedacht. Aber, 5-0. Spricht für sich. Das war auch gestern eine ganz, ganz lange Folge für euch. Eigentlich mache ich normalerweise nicht so extrem über lange Folgen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja. Nächstes Set erreicht ich Veteran, dann ging es hin und her, hin und her, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber, ja. Aber, okay. Wir haben es geschafft. Das ist schon mal perfekt. Veteran erreicht. Sehr schön. 2.524 Points. Das ist mehr als perfekt. Dann gehen wir auch ins letzte Set für heute. Ja, was heißt letztes Set? Ich habe noch drei Sets, aber mit euch das letzte Set. Und vielen Dank, dass ich euch Veteran erreicht habe. Und mit diesem wunderbaren, tollen Team. Vor allem. Und wir kriegen bei den Boost zu Anfang hier. Und kriegen dadurch wieder ein Ho-Oh. Durch den Boost. Er bleibt drin, das ist mutig. Ja. Er könnte Solarstrahl haben, deswegen schaue ich gleich einmal. Man weiß ja nie. Warum sollte man sonst hier bei Rioja drin bleiben? Okay, das ist ein Läuterfeuer. Schade. Dann ist das ein Sturzflug. Und die nehme ich dann so. Und die nehme ich dann so. Und die Frage ist, kann ich runterfahren? Das wird gleich am interessantesten sein. Ich vermute eher nicht. Ja, schwierig. Wir setzen trotzdem ein. Ich gehe noch gut. Dann gibt es hier einen dicken Stromstoß. Ja, das ist egal. Das ist tatsächlich egal. Setz von mir aus ein. Das ist in Ordnung. Und dann hole ich mir hier den Felswerfer. Das ist mir ja gerade egal. Mundgeweid, ja. Dann mache ich hier den Nahkampf. Ich weiß gar nicht, wenn der Gleichstand gewinnt. Die Honja oder... Oh, oh. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall die Felswerfer ready. Und bald kommt. Und wir kleben den Gleichstand. Das ist gut zu wissen. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Und haben das Ganze gewonnen. Das ist sehr schön. Der Felswerfer hat wehgetan. So. Das ist doch supi. Veteranerreich. Dann gleich hier einen guten Sieg eingefahren. Okay, ich war mir halt unsicher, dass Rihodia den Gleichstand gewinnt. Aber okay, aber ich frage mich, warum der am Anfang so lange mit Ho-Oh drin geblieben ist. Ach, von mir aus ist mir das egal. Umstoß hat er dann auf Xerias abgefangen. Das war mir auch in dem Fall egal. Dadurch konnte ich mir noch die Attacke holen. Okay, Iwilta. Da spielen wir es gleich. Und sehe ich schon, wird wieder der Wechsel sein. Weil in Xerias gehe ich ungern, falls da ein Ho-Oh hinten ist. Okay, hier habe ich das. Das ist aber nicht so schlimm. Oh, das war gut. Danke schon. Ich schüttle tatsächlich sogar einmal. Bitte keine Finsteraura jetzt. Danke. Schattenstrahl, perfekt. Ich gehe definitiv jetzt hier auf Stromstoß. Stromstoß. Klar, ich hätte lieber einmal ausholen sollen. Ja, hätte ich machen sollen. Jetzt rieb ich rüber. Boah, ist das schon wieder der nächste Schattenstrahl? Ja, dann hätte ich es anders spielen sollen. Dann hätte ich nur auf Stromstoß gehen sollen. Bin ich eh schön. Ja, es ist wieder Schattenstrahl. Toll. Das war natürlich dann saudoof. Ja, das hätte ich besser spielen können. Und sollen. Ja, er hat sich eine Attacke holt. Das ist auch in Ordnung. Oh, ich hätte einsetzen können. Ich hätte tatsächlich einsetzen können. Schade. Über. Ja, das bringt mir nichts. Leider. Ja, das hätte ich besser spielen können. Ich hätte eher die Mundgewalt einsetzen müssen. Ja, tatsächlich auf zwei Stromschlüsse eingesetzt. Hätte ich Mundgewalt sofort eingesetzt, hätte ich das gewinnen können. Ja, und Halbschwingen nimmt mich natürlich raus. Ja, klar. Ja, das ist ätzend. Aber naja. Das war eine verdiente Niederlage. Das sah ich diesmal echt schlecht gespielt. Diesen Kampf. Ja, in dem Fall wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn ich in Xenia-Nest gegangen wäre. Aber Hu-U ist öfter da als... Hier eine Crossma-Geist. Deswegen würde ich glaube immer wieder in Xenia-Nestation gehen. Ah, ich hätte das mit Stromschlößen ausbünen müssen. Einfach Stromschlöße. Okay, Rihonio gegen Rihonio. Das ist okay. Wir haben Craft Coloss. Das ist unser Vorteil. Bitte keine Absenkung, danke. Ja, Breitseite. Perfekt. Und gehen wir jetzt hier definitiv auf Craft Coloss. Genau. Und gehen gleich in Xenia-Nestation drüber, ohne Backse zu machen. Genau deswegen. Das ist sehr gut. Ich werde Xenia-Nestation auch hier nicht schilden. Nein, das ist überlebenbar. Genau. Ja, jetzt muss ich doch einmal schilden, leider. Ich gehe aber auf Stromschluss. Ich glaube, ich gehe auf Doppelstromschluss, wenn ich das schaffen sollte. Auch ausgesetzt. Meist ihr, ob er schildet? Er schildet, perfekt. Na, schaffe ich leider nicht. Ja, das ist in Ordnung. Das ist echt fein hier. Ich küsse hier den Felswerfer eben ab. Und ich stelle hier sogar die Attacke. Gehe ich auf. Eins, zwei. Ich gehe auf Mundgeweite, um es nicht abzusprechen. Und dann gehe ich gleich auf einen wunderschönen Nahkampf. Ja, wobei, der Nahkampf wird noch nicht reichen. Ja, der Nahkampf wird noch nicht reichen. Komm, Mundgeweite. Ja, okay, wir haben es doch zum Mundgeweite. Vorhin geschafft, sehr schön. Die nimmt ihn auf jeden Fall jetzt locker raus. Bam, weg. Husch, husch. Von Dunnen. Okay, jetzt schützt es bisher 1-1. Mal sehen, was ich morgen spiele. Mal gucken. Mal gucken. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. So, Kampf beginnt. TW BB Dustin Flame. Das ist unser nächster Gegner. Die Honiocke. Die Honiocke wieder. Erd, Best Buddy. Die Lada-Tagleiter, das zieht sich nicht ein. Freizeit, aber klar. Diesmal setzt sich jetzt ein. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Leben auf Rihonio. Rüber. Wir gehen hier rein. Das Wetter aus Seelchen schilden. Perfekt. Shit haben wir bekommen. Ich muss auf jeden Fall Yoga loslern. Ja, jetzt muss ich schilden. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon abschicken soll. Der Stromstoß. Oder ob er den durchlässt. Er lässt ihn durch. Ja. Und hast du jeden Stromstoß? Und Christa Rihonio hier gleich gefällt. Der macht nämlich ordentlich Schaden. Perfekt. Und okay, ich gehe in Seelchen. Weil ich da den Rucksack-Keep habe. Genau. Perfekt. Okay, trotz Kiyoko gewonnen. Er hat Kiyoko aufgegeben. Ja, er braucht den Shit für Prima Arena. Und ja. Hm. Okay. War auf jeden Fall gut. Also Rucksuki Seelchen ist besser als eine Standpauke. Also halten wir mal fest. Klar Standpauke gemacht. Sehr effektiven Schaden auf Necrozma Geist und Necrozma Stahlpsycho. Und auch auf wie heißt es? Solgaleo. Aber Rucksack-Keep ist schneller. Macht auch dadurch Schaden. Außer bei Necrozma Geist natürlich. Und wir haben wieder eine Spitzenführung. Und die nehme ich natürlich. Hallo. Die Lecks nehme ich natürlich nicht. Ja. Schießt ihn mit einer Maschinenwehr. Und ich werde hier auf jeden Fall wieder schön, weil ich habe keinen Bock, so einen Solarstrahl zu fressen. Falls der Solarstrahl kommt, was nicht, der hat mich da. Okay, ist Läuterfeuer. Sturzflug überlebe ich. Bin einmal abgesenkt, aber meine Attacke würde ihn trotzdem rausnehmen. Jetzt noch lockerer als vorher. Okay, Ho-Ho ist weg. Oh yes, bitte. Das wird noch übel. Sprungschuss. Und ich schürte sogar. Ich schürte hier sogar an der Stelle. Ja, weil hier eine Stahlgestörung kommt. Das war, glaube ich, kein Gleichstand. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oh, okay. Ich gehe hier auch schrumpflos. Er muss eigentlich schüllen. Okay, wir haben abgefangen. Ja, das überlebe ich hier und ich sollte schneller zum Nahkampf kommen. Außerdem war ich immer noch Sächen bei guter Wurzel-Gesundheit. Ja. Okay, sehr schön, dass er den Crossman aufgegeben hat und dass ich hier schön rumspringen konnte. Ja, aber sein komplettes Team war schwach gegen... Mein, ähm, wie heißt es? Oh, ich ging drauf. Ähm, gegen... Mein Rihornjahr war sein ganzes Team eigentlich schwach in dem Sinne. Bei Lehmstellen waren gegen die hinteren Beinen sehr effektiv. Ich verstehe nicht, warum man eine Crossman aufgegeben hat, aber okay, ja. Nimm ich natürlich. So, das Rager-Orkan weg. Und wir kriegen noch mehr Punkte dazu. Wir gehen in Richtung Expert langsam aber sicher. Das ist sehr cool. Ja, mal gucken, wo uns... What the hell? Wo kommt ihr denn alle her? Wo kommen die ganzen Flammen... Pivian her? What the hell? Vier Stück gleich an der Zahl. Junge. Ähm, ja. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.